Mein Name ist Kai Gräbik und mein Name ist Mike Bredemeier. Gemeinsam leiten wir die Zimmerei Bredemeier & Gräbing seit 2002 in Rudershausen. Unsere sieben erfahrene Mitarbeiter und drei Auszubildenden arbeiten für sie stets kompetent und zuverlässig. Neben einem Bauingenieur beschäftigen wir zwei Zimmermeister, einen Energieberater und einen Restaurator im Zimmerhandwerk. Wir sind eine Zimmerei mit Umweltbewusstsein und verbinden traditionelles Handwerk mit moderner Technik. Unsere Leistungen sind unter anderem schlüsselfertiges Bauen von der Planung bis zum Einzug, Sanierungsarbeiten, im Bereich der Energieeinsparung sowie im Bereich denkmalgeschützter Gebäude. Flexibel können wir auf unterschiedliche Herausforderungen reagieren und auch kurzfristig auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Das Handwerk steht für Qualität.